Da ist das große, dominante Männchen zu sehen. Da ist das dominante Weibchen mit einem schönen Life-Ansatz. Das bedroht jetzt gerade das nicht-dominante Weibchen, zeigt auch schönste Farben dann. Da ist das zweitgrößte Männchen. Und nochmal der große Boss. Und nochmal der große Boss. Und nochmal der große Boss. Und nochmal der große Boss.